Das Festspielhaus Hellerau entstand 1911 im Stile der Reformarchitektur in der zu Dresden gehörenden Gartenstadt Hellerau. Geschichte, Auftrag und Ideengeber für das Festspielhaus war der Schweizer Musikpädagoge Emile Jacques Dahlkrutze, dessen Bildungsanstalt für Musik und Rhythmus in diesem Gebäude untergebracht war. 1914 mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde Dahlkrutze jedoch gezwungen, das Deutsche Reich zu verlassen. 1920 nahm hier eine reformpädagogisch orientierte Schule ihre Arbeit auf. Deren internationalen Zweig 1921 Alexander Niel gründete, dies gilt als Gründung der renommierten Sammerhill-Schule. 1932-33 bemühte sich Alfred Reuker, das Festspielhaus Hellerau wieder als musikalische Aufführungsstätte zu beleben. Mit der Amtsenthebung Reukers 1933 scheiterte die Fortführung einer Bespielung des Festspielhauses. Ab 1939 war im Festspielhaus eine Polizeischule untergebracht. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges nutzte die Rote Armee das Gebäude als Lazarett, Sporthalle sowie als Kaserne. 1992 wurde das Haus zunächst an das Bundesvermögensamt zurückgegeben. Aufgrund des durch die Umnutzung entstandenen ruinösen Zustandes musste das Haus renoviert bzw. restauriert werden. H. L. L. E. R. A. U. Europäisches Zentrum der Künste Dresden Zwölf Jahre nach Beginn der Sanierung konnte das Gebäude im Herbst 2006 wieder in Betrieb genommen werden und ist heute Sitz von H. L. L. E. R. A. U. Europäisches Zentrum der Künste Dresden Seit 2009 wird das Festspielhaus ganzjährig spartenübergreifend mit zeitgenössischer Kunst bespielt. Mittlerweile zählt H. L. E. L. E. R. A. U. zu den wichtigsten interdisziplinären Zentren zeitgenössischer Künste in Deutschland. Zeitgenössischer Tanz, neue Musik, Theater, Performance, bildende Kunst und neue Medien sind hier zu Hause. Die weltweit gefeierte Forsyte Company und das Tanztheater DEREVO sind feste Partner des Hauses. Architektur Das Gebäude beeindruckt durch seinen Mittelbau, dem ein Portikus mit vier Pfeilern vorgelagert ist. Diese Pfeiler tragen einen steilen Dreiecksgiebel, der schmucklos bis auf ein kleines Rundfenster ist. Fritz Löffler meinte mit Bezug auf Heinrich Tessenhoffs Wohnbauten am Hellerauer Heideweg, dass deren Baumeister hier das Prinzip des Bauhauses teilweise um ein Jahrzehnt vorweg nahm und einen neuen bürgerlichen Wohnstil schuf. Tessenhoffs Festspielhaus sei ein vorbildlicher Bau in nobler Einfachheit und inzwischen in die deutsche Kunstgeschichte eingegangen. Tessenhoffs Festspielhaus sei ein vorbildlicher Bau in nobler Einfachheit. Vielen Dank.